Sooo, herzlich willkommen bei unserem neuen Let's Play zu The Wonderful. Das ist kein Let's Play. Durchgerannt. Durchgerannt zu unserem Wonderful 100 und ich. 100 nicht. The Wonderful 100. Moment, wir haben jemanden vergessen. 101, die wir vergessen haben. Ja, der Wonderful, das bin ja ich. Also 100 ich. Gut. Also wir sind voll guten Tag dran und wir spielen das zu zweit im Co-op. Weil es geht angeblich laut Verpackung mit bis zu fünf Spielern. Ich sag dir jetzt schon, es geht wahrscheinlich im Co-op. Doch, ich halte schon mal den Controller in der Hand. Du hast schon mal den Controller in der Hand. Ja, du hast schon mal den Controller in der Hand. Spiele später automatisch. Vielleicht solltest du mal aufmachen. Habe ich. Noch mal, um es wegzunehmen. So, Einstellung. Moment. Ähnlichkeit, Sprache. Kann ich hier auf Deutsch schreiben? Äh, nein. Geht schon mal nicht. Tutorial. Okay. Controller. Ich wollte grad sagen, Sprache ist doch eng. Du hörst eh, wir hören eh nichts. Wundervoll. Ach so, die Story kann ich nur alleine und... Ich leg mal diese Controller. Oder? Wenn es wir ihnen wie Spezial-Mission... Oder wollen wir... Oh, keine Spezial-Mission, sondern wollen wir Story spielen. Hast gerade gesagt, durchgerät. Also, spielen Story. Story, okay, gut. Machen wir Spezial-Mission über den Wanders. Wie ist das für ein Ausgang? Sehr leicht, reicht normal. Sehr leicht. Für alle, die sich nicht mehr anstrengen und über die Story genießen wollen. Für alle, die sich Zeit lassen und viel Spaß haben wollen. Für alle Otto Normalverbraucher der Videospielwelt. Wir machen einfach keine Spiele mehr, auch schwer sagt sich Nintendo, weil... Wieso Nintendo Platinum Games hat das Spiel? Ja, aber Nintendo hat darauf ein Auge drauf geworfen. Eins, zwei, drei, vier Auge. Lädt. Oh mein Gott, das sind alle beiden! Nein! Scheiße! Guck dir das mal an, ey, der lädt. Und alles lädt sich, lädt sich, lädt sich! Der wird gar nicht länger! Guck dir das mal an! Der wird nicht länger! Der wird nicht länger! Dauert. Was ist da? Jetzt hat die Video gemerkt, dass sie dran soll. Sieht aber schick aus. Sieht aus. Ja. Welche Auflösung spüren wir? Äh... 1080 mal... 1080 mal... 1080p? Ja, 1080p? P? Die Platinum? Nintendo for Titanium Games. Das habe ich auf der Karte, habe ich in Rande A. Team Wonderful. Okay. Das ist auch, glaube ich mal, damals Team Beautiful. Kann nun sein. Ich bin jetzt nicht drauf zugegeben. Kann nun sein. Ja, Platinum Games sind ja die ehemaligen Sushi... Äh... Aber unter anderem die ehemaligen Glover machen. So. Also Glover entwickler. Beautiful und ähm... Beautiful Joe und Okami und... Was haben sie denn noch gemacht? Oh... Keine Ahnung. Oh mein Gott. Mein Gott. Er hat da etwas gefunden. Keine Junge. Hat von irgend so'nem... Admiral... Admiral Schleber Connor ein Zeichen bekommen. Und dann... Boah! Papa! Das ist bestimmt der Junge. Ne. 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 Glaub mir. Oh mein Gott. ... Hideki. Hideki zerstört die statue. Hideki, zerstört die statue! Hideki zerstört... Hideki zerstört die statue. Das neue Monster Hideki! Hideki! Hine, ich krieg das Handy. Da krieg ich ja voll die Vibration nach, grade. Oh Gott. Ich mag halt mal aufhören, ich merke schon, dass ihr eins kaputt geht. Okay Kinder, alles wird gut. Bewahrt Ruhe und bleibt immer schön bei mir. Will Turner. Äh, Richwood. Richwood. Will Turner. Will Turner. So, Mission One. Mission One. Kommt, meine Kinder, ich hab euch. Rage. Rage? Rage. Rage. Oh, komm mit, kleine. Boah, wie viele Kinder hat der denn in dem Zug, ey? Hier sind Kindergärtner. 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 Da sind Kindergärtner. Ich weiß nicht. Lauf, lauf, die Kleinen. Hey. Oh, wie. Der One-O-Cool-Tag wird ausgerufen. Notbremse. Tschüss, Kinder, ich opfer euch mal. Komm, Mr. Wedgwood. Komm, Mr. Wedgwood. Das ist ein bisschen sprengelnd. Äh. Nein, ich ziehe jetzt meine Kleine von meinem Land. Wäre so wundervoll. Mocht euch um mich keine Sorgen. Bringt euch in Sicherheit. Versteckt euch. Ja, klar. Versteckt euch. Da. Warte mal um da. Versteckt mich mal. Dann sind's am besten. Ich bin Mr. Wonderful. Oh mein Gott. Das gibt mir immer mehr hier. Der ist die Batterie. Der ist die Batterie. Ich muss den Bus auffallen. Ist das ein Bus? Das scheint Bus zu sein. Der Bus auffallen. Oh mein Gott. Es knallt. Oh, eine Schule. Es knallt. Grundschule. Grundschule. Oh. Pistar. 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 Bing. Geht zum vorderen Teil des Buses schnell und rennt die Zeit davon. Bing. Gotcha. Auf. Alter Lehrer. Wow. Achso. Jetzt springt mit B. Mit B springt man. Und springt man. Und springt man. Und springt man. Hier ist der Turbo. Mit Hüpfel. Der Turbo. Der Turbo. Wow. Wow. Und runter. Und da weiter geht Turbo. Oh, jetzt kommt die Gegner. Jetzt muss ich die Lehrer-Power raus. Und die Fährlichkeit. Und zählen. Touch. 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 Go. Mit Knabbeln. Gegen einen Lehrer. So. Wishing. Wishing to Mars. Ja. Ja, ich dachte mal weiter. Lassen wir mal ignorieren. Wir können ja nichts machen. Mein Gott. Quarchpo. Golden Spirit. Blut? Wollt boom. Mein Gott. Wie sagt? Müllt boom. Wolltlow. Los, Pister. Jetzt kommt die Mr. wonderful angerannt. Mein Gott. Ich weiß, dass dir irgendwas passiert. Wir können auch nie mehr ins Medicare geben, um das discipliner ist. Tja, ich muss ja gar nicht, dass auch ein Ramm im Motor drin ist. Noch mal Side-Rupper. Yes, voll der Style, man. Mein Gott. Jetzt wie Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Hold on the pool. Jetzt, guck mal, die Haare jetzt mal. Jaaa. The Special Engine, The Wonderful One Handel, kündig mit Tingle. Wir sehen drei jüngsten Sekunden ihrer Sendinger anlegen. Drei lichte Biometallfaser aus denen die Energiebetriebene Exos... Lest es selbst. Ja, genau. Wir kugeln uns hier wirklich. Denk nicht. Oh, coole Jacke. Besser bekannt als... Wunderbarat. Wunderbarat. Schade, gute Faustgottes. Ja, dann... Ich wette... Oh, unsere Helden sind wahrlich wundervoll. Und gib Gas, Junge! Wuhuuu! Achso, ich muss kämpfen oder was? Ich wollte auch nicht kämpfen, ich wollte einfach nicht rennen. Zack, zack, zack und batzi! Die bretzige Bratze! Besteht aus einer seltenen Regierung, die Weltraumenergie umschließt. Dann kriegst du mal Wertpunkte, die Gitarren und noch mal die Gitarren. Das sind wahrscheinlich die Talio und da spielt ein Schock wahrscheinlich. Könntest du das sagen, ja? Was ist ein Schock da? Egal. Machen wir das auch. Ich habe dieses Spiel eigentlich sowieso gekauft, weil ich noch ein drittes Spiel brauchte. Und da ich dachte, das wird sie wahrscheinlich auch ganz mal vom Preis erhalten, hab ich gedacht, kriegst du das einfach mal. Wie goldig? Ich hab dir doch besucht. Unsere Helden erneut Helden. Hallo? Nimm mich mit! Ich hab einen Fußverkauf. Oh, nice. Oh, jetzt kommt GDA. GDA! GTA! GDA! GDA! Und Jump on it! Oh, wie schön Regenbogen. Das ist nur Blumen. Wunderblumen. Blumen. 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 Kaxido Mask. Siehste, das ist doch sehr. Hier, Wunderreg. Schwulen Power. Wie viele Jahre ist das Spiel? Ab zwölf. Ab zwölf. Da ты einen zieler zieler mit isch. Blumen. Betrühbar. Ich winde lieber den blauen, der hat eine Schwer… Ähh slash hat er keinen Schwer. Ble� ist ja keiner aus seiner Rose. Scheiße! Der neなので. Was? Die Vereinsatzung der Führung... Ah, ja. Ich hätte nie gesehen, wie der Leben der SAPP-Katar. Planetar geheimnis. Setz-Dulls. Das ist der Hobel. Komm, mach hin, ey. Wir kämpfen. Oh, Mann, ey. Hammer. Das Planetar... Ja, bla 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 bla. Guck mal. Der Blaue Mann, dass es endlich losgeht. Ja. Wird ja gerne helft, ich kann ich. Pizzen auf Aros und Käse und rück auf alles. Ich kann nur auch das machen. Wannst du, dass ihr das unbedingt seht? Hier habe ich ein Radar. Dann zeigt sich irgendwie an, wo die Feinde sind. Boah, Junge. Jeder hat sich bliebisch. Der ist runtergesprochen. Fliegt. 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 Was ist das? Guck mal, ich schwitze. Toll, wo sind die anderen Hundert? Wenn das nicht Elliot Cooker ist. Wonderful One. Das hat den Exceptional aus England. Das ist besser, aber kein Alts. Wonder Blue. Mann, wir haben keine Zeit für die Intros. Setz schon... Setz schon die Hand ein. United. Die Speziale in der Wunder von anderen können ihre Wunder-Energie miteinander verschmelzen. Um eine Wunder-Transmittal zu beginnen. Ach so. Jetzt muss ich hier... Wink mal ein. Aus dem Ende der Rechten Stick. Oh. Was machst du denn da? Ja, ich glaube, passt. Was? Ich hab' ne Hand. Also, man kann entweder mit dem Stick hier malen oder mit... Ich glaub, wir brauchen gar nicht vorliegende Lebenser. Ja, machen sie eigentlich. Wir reden auf Englisch. Auf Deutsch. Ich hab' gedacht, er wird es aber... Mit Zuschauer da... Ganz ehrlich, ich find' Englisch in die Symptome besser. Das stimmt, das ist eigentlich, wir quatschen einfach so zu schütt. Hör mal überhaupt mit zwischen zu quatschen. Oh mein Gott, ey. Wie ey! Ja. Äh. War auf jeden Fall falsch. Äh. 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 Ich mach's doch wieder mit dem Stick. Wenn ich hier mit der Hand male, wenn der Bilder gut ist. Wir haben zu viele Espresso schon. Das wären grunde Linien. Super Stick, you're at the Wunder-Bloom-Man! Ja! Ohhhh! Wir können uns einfach ein Glückschneideln, wenn wir dich zu achten. Wir müssen die Bosen halten. Ja, ich... Roger. Geh drehen auf die Bremse, Jungs! Der Dicke, da. Der Dicke. Der Dicke. Der Knochenkopf. Dem Knochenkopf, ja. Auch direkt gedacht. Team Angriff! Test United Morphine. Sollte ich wieder hier. Der ganze Gegner sind alle platt. Wo sind deine Leute? Ich hab's umgebracht. Alle weg. Wir haben genug Leute. Jungs! Kommt her! Wir machen euch platt! Platsch! Platsch! Und jetzt mal. Oh! Zurück viel Leute. Wir müssen ein kleines Z trademarken. Kommt schon hier! Wir machen euch platt hier. Wo ist Brunner von Blue? Ich will den lieber spielen! Das ist das komische Brum. ja ja zu groß die die beste silber ich hätte war schlechter weil ich noch platz mit heute ob ich jetzt hast du dann Jungs, weiter geht's. Wunder-Batterie. Okay, wollen wir hier eine Batterie? Ja, klar. Hier sind wir die Batterien. Wunder nur so pottettot. Hammer. Also eine Batterie. Ich hab wir gleich mal, die würde der.. Ich hab jetzt schon wieder! Oh, oh oh! Oh, oh oh! Wir haben das Bild! Die Wunderverschützt und in Wunderversteckung verwandelt! Ja! Nein! So, jetzt musst du hier wieder rummachen. Ja, jetzt ist er feck! Egal, es ist funktioniert. Noch ne Batterie hier! Gehen wir doch mal mit! Und da ist jetzt immer das alles hier! Das ist das Zivilist Schüder! Boah, der entfällt es! Ey! Ich hab so ein großes... Ihr könnt gar nicht mehr... Ihr macht doch noch länger das Schwert! Da! Noch länger! Ich hab Excalibur, ich hab das Master Schwert gefunden! Ach, das geht doch noch länger! Ja. Erstmal mach ich die jetzt halt. Dann wird es wieder kürzer! Das kann ja schon nicht mehr tragen fast! Komm, hier wieder schon! Platini und Gabus! Platini und Gabus ist einfach so was geben! Du pisst, Mann! So, pink, red, weiß, sonst schon mehr als Glied! Teamgeleitet Kette! Wahrscheinlich, äh... Lauf! Guck mal, Blue! Oder Red! Oder wenn auch immer ich da jetzt gerade habe! Sieht nach Blue aus! So, jetzt verlängern wir mal wieder unser Schwert hier! Uuuuuhhhh! Schau, einfach mal! Oh, wir müssen weg! Wir müssen weg! Scheiße, wer hat denn nicht weg? Wir müssen weg! Wir müssen weg! Jetzt haben wir das Schwert umgeben! Wir müssen weg! Wir müssen weg! Komm, wir haben noch ein paar Mal! Na, los! Beilig! Wie? Was ist das denn für die Kette? Was hast du denn dafür? Was hast du denn für eine geschleckende Schiller? Ich sprühe einfach! Dad! Dad! Verdammt! Du bist nicht rum! Aus! Ich hab schon wieder alles für ein Schwert geöffnet hier! Ich kann doch nicht weiter! Ich hab nicht mehr Leute! Vielleicht jetzt, sonst hab ich mein Schwert aufgegeben! Boah, wir müssen ein Scheinwerks aufgeben dafür. Warte doch, dann schwärzt ihr immer extrem lang. Du musst gleich nochmal rüber. Ich hab doch jetzt hier noch Leute gefunden. Außerdem bin ich gleich am Ende des Busses. Ah ja, stimmt. Das hab ich ja schon fast wieder vergessen, dass wir da jetzt gleich reinknallen. Ja, und die ganzen armen Schüler töten! Weil es wieder zwölf ist! Denn du kleine Kinder hast! Wir können nicht erwarten, dann müssen wir eben eine Luft anzubilden und abheben! Eine Luft? Nein, die Formation Luftvogel! Really? Really? Die Wundervolle Worts auf schnelle Lücken und ähnliche Schwachstellen, um die Fugel zu finden. Und die Fehlernwerte sind kippt, so sind sie nicht mehr. Die kriegt doch ja schneller! Direktionsprobleme! Nein, wir gehen nicht hoch! Hahahaha! Ooooooh! Gott sei Dank! Yay! Mitten ins Industriegebiet rein, aufs Atomkraftwerb! Fuck! Fünf, vier, drei! Ja, das Umschalten ganz schnell soll man doch auf der Hand malen. Töne! Der Lehrer ist in der Armus! Töne! Jetzt rennt er da rein, macht der Flaggenregen und tritt wieder raus. Yay! Hier sind die Gäste! Yay! Hey! Wunderful One Double O! Hä? Wie lustig! Wie cool! Kann ich auch sogar mal... Natürlich! Warte, ich meine, eins! Ey, da war einer Lügner gesagt! Los! Schlag den Jungen! Schmummler! Wie können sie die Erde schützen, wenn sie nicht nur eine Person schützen können! Wie eine einzige Person! Wir sind besser ohne sie dran! Genau! Schlag dieses Kind! Luca! Und Smithy! Mhm! Wir wissen, wo du arbeitest, Lukas! 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 Ich bin schon leider so wie Kevin! Ja! Eben auch Kevin nennen können! Mein Gott! Ein Schlagschiff! Dann ist es ein Mädchen geworden, wir haben Dörte! Imperialer Schlagkreuzer! Oh nee! Wir sind zwei! Virgin Victory! Die Virgin! Die Virgin! Die Virgin! Die Virgin! Die Virgin! Geber! Sieh, nicht zu viel, sonst müssen wir das Video sperren! Ja, deswegen... Deswegen schreie ich schon! Geber! Das geht's! Das sind schwarze Kreaturen hier! Wahrscheinlich böse! Ja! Das sind die böse, böse, böse Wichte! Die wir innerhalb von drei Stunden lang machen werden, weil die nicht mehr kommen! Hier kommen die Wonderful One in Old Red! Yes, mal gucken mal. Oh, der 1.600. Gold. Wie schadend sind die? Achso, weil ich so viel eingesteckt gehabt. Weil ich ab und zu nicht fähig war, die Kette zu sind. Springen! Wundervoll! Nein, ich bin tot! Bist nicht tot? So. Mein Gott, das geht mir jetzt auch langsam auf die Seite. Du kannst ja gleich einen Optionenrammel ausmachen. Da hinten ist noch einer. Guck da, ich bin über... Oh, ich hab's nicht geschafft, schade.